ach ja okay da ist ein bonus äh du willst mich doch jetzt nicht da reinwerfen oder doch ich will das okay von mir aus finden wir den coin ja spring einfach weiter mit dir oder auch nicht jetzt mache ich das geht gar nicht vor allem muss ich jetzt nicht dass ich gelbe sein ein wurf daneben ja ein pixel und das ja ja oh mein ohr er diese headset ne arati becken arati becken hätte ich jetzt auch bock drauf es hat spaß gemacht so an der schmiede bisschen zerken halt zum maul ich dachte ich kann in einem durch weiß aber da habe ich falsch gedacht er ist schwer jetzt wie du vorher schon gesagt dass es neu kommt ja weil ich gesehen habe dass es so verpufft ist ja irgendwie kam da so ein rauchzeichen das ist voll gemein er hat auch nicht mehr sicher oder hätte ich konnte das trotzdem muss er dann da hoch springen ja aber dann bist du schon mal näher dran ja aber halt mut jetzt ich soll ich das bonus noch mal holen mach das bonus noch mal nein ich möchte keins wir werden ja auch gerade übelst abgelenkt das ist ja das ist nervig ich habe ihn getötet ich weiß ja es ist cool ist gut den habe ich nicht getötet jetzt muss ich mich hier irgendwie ist das level auch schon wieder so ein bisschen gay jetzt kommen die pinguine von eben warum war es auf dem drauf eigentlich das ist ein kacke wenn wir die welt fertig haben dann werde ich los ja aber der boss ist cool ja der ist auf jeden fall cool einer der geilste leckt übrigens gerade auch kein speicherplatz was meinst hoffentlich nicht guck mal start ok weiter los go go wir haben nicht mehr viel ressourcen ey das ist so dreckig von dir was der nachbar hat gerade ein bild von drago gemacht und man wurde übelst abgelenkt von dem blitz ja er macht natürlich blitzlicht an der assi was das geht nicht das musst du abstellen oh man ich habe keinen bock auf das level mach du das das problem ist dass ich in meiner gleiche stelle stehe und du auch oh man ey wir haben noch nicht immer die hälfte irgendwie ist das ein bisschen lächerlich was wir hier gerade abliefern ja komm ey das ist jetzt ich war drüber oder nicht ohne scheiß hier bist du ja noch nie gestorben oder hier bist du immer gestorben so wie ich jetzt ich habe keinen bock mehr die pinguine sind voll mies ey das sind lemguine ja steht da doch dann erklär mir was ein lemguin ist das ist ein lemguin und das ist auch das ist keiner das ist noch einer nein das war keiner gerade das ist wieder einer pinguine können übrigens fliegen die tanzen nicht die rutschen auf dem eis aus ne schön ey das war schön oder ja jetzt muss ich nämlich den kack nicht machen da aber das hat er mir eigentlich nicht angeboten dass er mich da rüberschubst dass er dich rüberschubst du bist so dreckig ey du bist so dreckig ey nicht du jetzt sondern mein nachbar ach so ich habe ihm gerade nicht zugehört ist auch egal wir schwimmen nie mit dem strom ey das geht einfach das ist okay ja es geht boah hälfte jetzt musst du noch hier irgendwo sein und dann ich scheiße auch so auf das bonuslevel ne du scheißt nicht über das bonuslevel weil dann müssen wir das nicht normal machen ich hasse diese pinguine die sind so schnell du kommst da gar nicht durch vor allem kommt nach der hälfte kein dk ach so du willst das nicht nochmal machen durch du musst durch das war aber wirklich knapp gerade ganz ehrlich oder ich fand es eigentlich dass ich drüber war ja meine ich ja auch ich bin auf deiner Seite jetzt gegen die lemguine ja jetzt heißt es wir gegen die lemguine ey ja du hast den einfach tot gerannt oder was von hinten geht auch nicht ne hinten haben die auch so ne komm jetzt muss auch gleich hier mal Ende sein ey da ist übrigens das bonus du läufst einfach da ran kann man nicht drehen so wie bei zwei ne ich glaube nicht klar du stirbst das ist genauso wie mit diesen claptraps wenn du so drehst so hier zack klar kann man die killen ich schwör dir dass das geht das geht nicht mann ich hab keinen Bock mehr ich bin jetzt hoch konzentriert ich bin jetzt hoch konzentriert wir haben da war ne lücke bei den pinguinen ja so gut so ist das der zweite ja ne das ist der zweite ey wir haben es fast ja na klar komm hier lemguine lemguine das ist der zweite schön schön ey das ist in teil 1 der fisch guck mal da bist du schon wieder ja wir haben sogar den donkey wir müssen nur noch durchkommen rush 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 ja das ist guck es geht es geht wirklich und wir haben es geschafft ey jetzt noch der boss mir tun so die ohren weh ich brauch ne pause go oh du darfst den geilen boss machen der macht so Spaß gut dass der nicht verpackt ist oh das hast du nicht gesehen wie der aussieht nein achso da muss ich nach oben drücken ne ja da links ist so ne anzeige wie hoch ist er längst glaub ich er lacht oh ich hab daneben das ist ziemlich schade dass der so verpackt ist das problem ist auch ich kann keinen counter-strike so gut aber jetzt schießt er hier ach du scheiße wieso bei power ranger der zweite boss diese kanonen kommen der läuft sich auch noch vor einem baum oh das war knapp weißt du wie oft der macht zweimal ne ja ich will doch ja jetzt musst du schon in der mitte sein ja genau und wo oh ne dreimal du hast mich aber fahrt wie wechselst du die lane einfach hier steuerkreuz oben oben achso achso oh es ist schneller ich bin auch verkackt ja das war gerade ein verschissen von mir oh mein Gott ja ok also eben sagt mein Nachbar noch zum Glück ist das nicht berechenbar wo er hinschießt und dann macht der da sowas wie er auch versucht dich abzuwerfen Health wie du nos ist das echt ah falsche lane ich hab oben her gelenkt guck mal guck mal Guck mal wie du tot gegangen bist. Was, guck mal, ich bin tot, na und? Das ist nicht Donkey Kong. Alter, da hinten trifft man den ja gar nicht. Ja, das ist voll klein, ne. Das, eben, jetzt ist er... Ja, ich hab ihn aber nochmal verdient. Ich verkack jetzt sowieso wieder, ey. Das ist halt irgend so ein Baby. Wie heißt der? Wie heißt denn der nochmal? Weiß ich nicht. Baby Kong. Wie werf ich denn? Rechts, rechts dieser Knopf hier. Ah, DER Knopf! Ja. Ne, nur in der ersten nicht. In der ersten gibt's die nicht. Das ist unglaublich, ey. Ich treff den Kerl. Du kannst auch keinen Counter-Strike. Äh, ich hab ja auch keinen Counter-Strike gespielt, das sag ich auch gar nicht. Ich hab auch eh quilliert. Jetzt hab ich ihn gegeben. Ich kenn auch nur einen, der 1-6 gespielt hat, wie so ein Verräter. Ne, du auch. Ah, jetzt, bitte. Du musst nach oben. Und jetzt. Ja. Ja. Jetzt ist er eigentlich tot, oder? Ne. Alter, der ist jetzt übelst schnell. Ich hab ihn getroffen. Du hast ihn hinten getroffen. Ja, klar. Dreh bitte noch mehr durch, Junge. Alter. Der hat nur Minigab. Was? Man sieht auch voll, dass du mit Analog spielst, weil du immer die Lane verstellst da. Ja, wie er absolut random schießt, Mann. Wie lange eigentlich noch? Er hat random, wirklich. Da war kein System hinter. Ne. Aber ich hab das gut gemacht. Das war ein schöner Treffer. Boah. Ich bin gut. Kann es sein, dass der Himmel rot ist? Weil, äh, wenn ich tot gehe, dann ist da. Äh, dann ist Bisa dabei. Wie langsam der da ist. Der war doch schon fast drinnen, Mensch. So scheiße, ey. So. So. Bam, bam, bam. Innen. Außen. Innen. Ne, doch nicht. Okay, ich hab... Ich laber scheiße. Ja, ich hör auch nicht auf dich. Ich mach einfach, weißt du? Ja. Du musst Glück haben, dass du gerade da bist, oder? Kann man die Wurfanimation canceln? Okay, ich bin da. Ja. Jetzt sieht man wieder, dass ich wieder analog spielen. Vier. Drei. 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 Inέjün. ____ Ja, das ging mal. Ja, das ging mal. Ja, das ging mal. So. Ja, das ging mal. Hier. Aus. Jetzt, ne? Ja. Drecksack, ey. Verrücker. So, ey. Nein. Oh, Junge. Oh, Mann, ey. Das ist echt nicht einfach. Jawohl, jetzt kommt wieder das Schwere. Ich finde, die Phase ist voll in Ordnung, eigentlich. Ist nicht so schwer wie beim Tongiko 1. So, außen. Jetzt kommen drei. Jetzt kommen die drei, die längs sind. Jetzt kommen wieder nach außen. Genau. Ja, ich hab ihn. Das war's, oder? Ja, das war's. Boah, hasste ich diesen Kerl. Nein, er ist geil. Lass ihn in Ruhe, er ist gut. Er ist gut, der Junge. Der letzte Boss. Ja, jetzt kommt der so einfacher, glaub ich. Jetzt müssen wir erstmal speichern, ey. Ja. Und auch in Safe State machen wir. Geh runter, ja, ja. Wohin willst du? Ja, ich kann auch hier speichern oder was. Wo denn? Ja, hier. Achso. Kommen wir dann raus wieder? Ja, klar. Gut, dann war's das für heute von uns. Jo. Eine Session war das nicht schlecht, wir sind weit gekommen. Ja. Letztes Mal waren wir nicht so schnell, glaub ich. Das ist schon 55%. Guck mal, zweieinhalb Stunden grad mal Playtime. Ja, okay, das ist gut. BD und DB. Weiß ich nicht mehr. Okay, dann, äh, bis dann. Jo, tschö. Tag. Tag.